Du kannst auch das Limestone verwenden. Das sieht auch ziemlich cool aus, wenn du das mit Ornamenten oder so nimmst. Ich nehme jetzt erstmal Cobblestone mit einem speziellen. Ähm, wir könnten die auch so machen, wir brauchen vier Strings, einen Leder und eins Limeball. Wer ist gerade an der Base? Ich. Leck auch. Weil dann kann ich mich hier in der Ecke auch einmal untergraben. Frissschärfen? Frissschärfen? Hm, Entschuldigung. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Da steht immer noch einer oben auf dem Dach. Das sind immer noch die Flex. Ja, das ist immer noch Flex, weil Kurzschatz funktioniert dann nicht mehr. Oh, die Kisten. Ich, okay, ich baue gleich zwei Ebenen. Einmal für Kisten und einmal für, ja, Beeren. Also Karten, wenn irgendwer ein Pforten willst, einfach immer zu mehr. Einfach aufs Dach. Du stehst ja aufs Dach. Du stehst ja aufs Dach, ja. Deutsch gut heute. Du stehst ja aufs Dach. Ich laufe euch auf dem Dach rum. Was? Er tanzt uns auf dem Dach rum. Du willst mich wohl um die Nase herumtanzen. Jetzt wird aber dreist. Baum? Weiß Baum? Es wird doch ständig gemeckert, zu wenig Holz. Ich gieße Baum. Du gießt den Baum. Gut. Klingt auch falsch, ich hab einen Baum. Was macht man eigentlich schon die ganze Zeit? Ja, Mori, das sei dir ungenommen. Wenn du willst, mach doch Mori. Ja, weil Louis doch bei ihm sein wollte. Wir haben ein Skelettchen am Haus. Ach so. Ich bin auf den Feldern. Über Felder, über Wälder. Nee, wegen das. Zuck. Neutfalls muss Karten gucken, aber noch einen, der immer wieder TP-Bot spielt, einrichtet. Weil sonst wird's glaub ich auch für ihn immer zu... Sonst wird's glaub ich für ihn auch zu nervig. Wär vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch einen Waypoint macht. Ja, aber wir können uns trotzdem nicht hin-TPen, solange wir kein Anwend sind. Ja, warum denn TPen? Man kann ja laufen. Hab ich gehört. Man kann lau- what? Was? Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Pfeil auf mich abgefeuert. Nicht schon wieder eine! Ach komm schon, ey. Mistvieh, Mistvieh, nein, nein. Mandrake. Ja. Aber immer! Ich hab echt das Glück, dass wirklich immer eins rauskommt. Kann ich einfach mal normal droppen? Nein! Das wär langweilig. Richtig. Einfach kann jeder. Ich hab mich nur wundern, warum bei dem Mandrake sieht bei mir in 1-7 keine Mandrake rauskam. Das ist ne Drop. Boah, endlich gleich, ey. Ja. Aber da wollte ich grad einen da ran weg. Gut, der波 neces zu... Mitritt sich alle, mitritt sich alle, mitritt sich ALEXIOU. Uiuiuiuiuiu Spring. Uiuiuiuui... Mir sollte aufhören mit Schwert da drauf schlagen, denn wenn man mit Schwert da drauf schlägt, kommt auf jeden Fall ein raus. Es gibt... Sagt, ehm, es ist genau andersrum. Nee, es ist wirklich so. Wenn du mit nem Schwert drauf haust... Okay, Nein. Nein. Weil ich hab's zum erstmal ohne Schwert abgebaut und als ich irgendwann angefangen hatte mal mit Schwert, also es war bei Trust and Betrayal, da war es auf einmal dann eine Zeit lang nicht gekommen. War es nicht gekommen. Gleich nochmal. Ist nicht gekommen. Beideutig, dreideutig. Nein, nein und nein. Alle drei Bedeutungen. Du kennst mich. Ich weiß. Einfach nein. So. Ich bin besser als ein Golem. Ich bin stolz auf dich. Bist intelligenter als ein Golem. Moment. Ich bin gerade dabei. Ein Fluss ist ein Schaf. Moment. Das sind ja drei Schafen. Äh. Wenn wir jetzt nur eine Gravity Gun hätten. Oder eine Portal Gun würde er auch schon reichen. Man muss es nicht gleich übertreiben. Ja, aber eine Gravity Gun kostet keinen Nether Star. Portal Gun muss man bloß finden. Da gibt es Glosson. In der Wüste finden wir die Spawner perfekt in der 1-6er. Okay. In der Wüste findet man immer gut Spawner. Wir spawnen. Man muss einfach nur auf dem Boden achten. Alle auf die Minimap wäre ja gesagt. Die typischen Löcher. Äh. Die nicht. Der Vollendieferant ist da. Moment. Wo ist Sota? Nee. Ich komme ins Haus. Ich komme ins Haus. Ich komme ins Haus. Inzwischen sind wir alle Zombie-Zombies. Ja, ich dachte, das ist Sota. Ärzte. Quatsch da. Gibt es keine schwarze Wolle. Ja, alle bis auf keinen Baby-Zombie haben Baby-Zombie aussehen. Soll ich noch mehr Wolle holen oder reicht das erstmal? Warte, warte, warte. Ich weiß es noch nicht. Wird es drei? Ihr könnt immer einen Pfarr anlegen. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Wolle. Ungefähr noch einen halben Stack. Was baust du zur Hölle? Ja, einen Rain-Muffler? Wie viel braucht der? Ja, ich muss erstmal diese Sound-Muffler machen. Und dann mach ich erst den Rain-Muffler. Geht nicht auch ein Sound-Muffler, dass alles Sound ist? Ja, das ist natürlich noch toll. Aber was ist das für ein Mob hier eigentlich? Wäre zumindest am Anfang, solange wir noch nicht genug Wolle haben. Ja, aber dann hörst du auch als nicht gemobfter Spieler Spieler, die Creeper nicht mehr. Okay. Das ist kein Mob. Das ist ein Spieler. Ich dachte gar nicht, was ist das für ein Icon? Was ist das für ein Mob? Das war überhaupt ein Spieler. Ich sehe lauter lila Slimesoft. Und brennt nicht. Steht unter Bar. Das habe ich euch auch schon gedacht. Steht nicht mehr drunter. Ist es so ein Spieler? Eigentlich müsste er brennen, weil da steht eigentlich nicht mehr drunter direkt. Na, wo guckst du denn gerade hin? Ich komme kurz hochgekrabbelt. Ich stehe genau hier am Eck. Oh, ganz viele Schafis. Ja, endlich. Und irgendwas hat mir gerade geschrieben? Irgendetwas hat er geschrieben. Nein, auf YouTube ist ein Video hochgeladen worden von einer Person, die ich abonniert habe. Und deswegen habe ich gerade eine Ablauf-Benachrichtigung. Ach, scheiße. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber nein. Ach, da. Oh, mein Inventar ist schon wieder vor. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Kartenstyle. Huch. Hast du schon eine Kiste für Ed? Ja. Die oben hängt. Oben links. Da ist jetzt so Farmgedöns drin. Linke Seite. So. Ah, okay. Ähm. Ähm, im Ernst? Hui. Hi, Schaffi. Kann aber sein, dass es noch direkt unter einem Blatt steht, ey. Das Zeug ist Hunger verbrauchend? Also, oder? Nein, das gibt dir anderthalb Herzen. Ja, nee, ich bin ein bisschen EpiCraft geschädigt, äh, da verbraucht sich nämlich die Prozentzahl. Wer fragt? Was, wer, wie, was, wo, fragt? Wir sollten echt alle verschiedene Monster sein, irgendwie. Doch egal, wenn ich die Stimme nicht zuordnen kann, ist es auch mir egal, ob es Kuiper oder Zombie ist. Das kennst du schon noch. Luthor Shop by Skeleton. Azra. Uuuuuh. Es steht hier echt ungünstig. Ich bleib jedes Mal beim Rausklettern dranhängen. Ähm. Oh, das Schaffi ist versunken mit dem Schlamm. Die Leute sind immer nur als Babyzombie irgendwie einen Block vom Ort. Das ist echt schlimm, wenn die Babyzombies ist. Sind aber zwei groß und man kann nicht drüber weggreifen. Unglaublich, die sind Babyzombie. Solche Schweine. Nein, Babyzombies, jetzt hör doch zu. Entschuldigung. Wir haben zwei große Bäume, gell, die da draußen stehen. Ich bin echt gerade... Natura ist ja drauf. Da müsste eigentlich einer mal so einen Mega-Mammutbaum suchen und dann den Fällen mit Hilfe von was weiß ich was. Dann haben wir wieder genrollt. Wer hast du mal mit einer Tool-Forge? Ja, hätte man ein Mooshrooms. 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 Warte, ähm, ich bin gerade auf 74... Warte, mach ich nicht mal Instance beim. Ja, so grob. Plus 80, plus 250. 80, 250. Entweder dann raus, wenn man einfach mal... Alter, das ist ja kaum weit weg. Alter, das kann... Nee, ich bin nicht weit weg. Gut, dass wir so weit im Norden sind. Soweit bin ich auch nicht geflogen. Patze, was tust du da? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hab nicht gesagt Minus. Plus. Hä? Beides Plus. Oh, hier ist alles Taint versorgt. Ach so, wie der Waypoint heißt so. Leder Maus! Der Waypoint heißt Minus so, Minus so. Ach so. Das ist das Fies an der Journey Map, die verarscht ein. Ich hab ne Fliege. Scheiße, wie komm ich hier wieder raus? Ach so, ich geh schon auf. Ich bin schon wieder an die Decke gestoßen. Oder nur die Bäume draußen. Ach Karin, bist du schon wieder da? Äh, nie noch nicht. Sogar links und weiter, wenn nordwestlich wird rum. Jawoll, wir können eher zippen mehr rennen. Ja. Das ist sehr gut. Ich hab mal nen Grinder gebaut von Uplight. Uplight, ein Grindstone. Nur, ich brauch jetzt erstmal was zum Sitzen, weil sonst ähm... Was zum Sitzen? Was zum Sitzen? Ja, sonst verbrauchst du das so reisen. Hier oben links in der Kiste. Ich schriftet das Ding mal langsam. Äh, ich hab jetzt 37 Wolle so, da reicht das dir? Ja. Und den komm ich wieder heim. Löl, mich hat's grad geschmissen. Löl. Das Löl zieht die Runde, merkst du? Löl. Ja. Oka, jetzt ist beschriftet oben links. Hm? Hm? Oben links ist beschriftet mit Framzeug-Essen. Ich dachte schon, die oben links Kiste hat er mit oben links beschriftet. Äh, Soto, welcher von den ganzen Babyzombies ist denn Soto? Hier hinten in der Ecke. Äh, ihr seid echt schlimm mit euren Babyzombies. Das kommt irgendwie... Boah, warum? Mehr als die Hälfte von allen läuft mit Babyzombies rum. Und was ist, du bist geschmissen? Warum hab ich hier eigentlich so krasse Framer-Inbrüche? Weil hier so übelst viele Leute sind. Ja, du bist ja auch wieder gejoint. Ja. Aufmerksamkeit gleich null. Mandrake! Oh, so geht's auch. Jetzt hab ich auch die Farbe alles kaputt gemacht. Was hast du getan? Ich hab mit dem... Mit der Kralle. Ja, hab mit der Kralle alles abgebaut. Aber wirklich, alles abgebaut. Wortwörtlich. Nein, ich will nicht mal weiter runterkrabbeln. Aber dafür kommt kein Mandrake raus. Obwohl, ich hätte es gern mal als Morph. Äh, die Kiste ist eindeutig zu hoch. So, by the way. Wie, das ist dir zu hoch? Oder man macht's Laps draus. Ich geh unter die Dinger. Ja, müsste eigentlich funktionieren, wenn du Dinge nimmst. Wenn du Carpenter benutzt. Cotton Seeds. Ich pack die mal die Hände hin. Achso, rein in Carpenter. Also Carpenter-Dach. Ja, warte. Das funktioniert als Kiste. Also soll sie sein. Okay, warte, warte. Ich habe noch Carpenter-Blocks. Ist hier irgendwo ein Carpenter? Nee, ich brauch wohl die. Äh, da kommst du leicht zu spät. Okay, ich geh nochmal. Ich bin hier nicht so. Du Klopp-Akkaden, nimm dir einfach einen Wassereimer, mach das ganze Gras kaputt, dann hast du ganz viel Seeds. Da dürfen auch tonnenweise von diesen Cotton Seeds bei sein. Aber Schafis. Aber Schafis. Flauschige Wolle von Schafis. Flauschige Wolle von Schafis. Ähm, Master. Wieso baust du nicht die Treppe, äh, die Slap-Trep-Door? Also die Leiter und... Ja, ich hab das mit Absicht so, weil er kommt dann besser durch. Stopp. Bei denen hier. Das ist Absicht. Du hast gefressen, ich hab's genau gehört. Nee, das mit der Leiter, das funktioniert besser. Da sitzt ein Baby-Zombie auf dem Stuhl und dreht an dem Pfff-Fri-Lender rum. Lass mich raten, das ist Orca. Ja, und warum? Weil es drin Essen kostet. Aber das sieht nicht aus, als würde er auf dem Sitz sitzen, sondern als wäre das so ein Kindersitz. Och süß. Moment, das muss ich jetzt sehen. Moment. Ja, das musst du sehen. Das ist so geil. Das ist cool. Ich komm kurz zurück. Oh Mann. Ich mach auch drauf. Das ist cool. Mir steht da hinten dran. Wer braucht die Wolle? Ich hab zwölf noch über. Ich muss mal kurz aufs Dach. Ich muss... Orca brauchte doch Wolle, oder? Ach nee. Orca brauchte Wolle? Warte noch nicht. Nein. Na auf. Ich will es sehen. Das sieht nicht so toll aus. Mach auf dich wieder zurück. Guck mal. Warte raus. Oh shit. Ach, du tust dir weh, wenn du irgendwo hinfliegst? Irgendwie schon, mach mal. Zack. Oh, wie putzig ist das denn? Baby wild. Als wäre das echt ein Baby-Sitz so mit dem Tisch rum. Orca, schau mich mal an. Das ist so cool. Das wäre ein schönes Thumbnail. Also bei mir kommt alles extrem verzögert an, was ihr ratet. Das zählt. Oder das könnte das Zopfdruck. Huch. Oh Ladies, ich habe einen Rainmuffler. Ist das Geile am Stuhl. Wenn du raus sitzt, kriegst du keinen Hunger. Silence. Äh, Rainmuffler. Bei mir sitzt du nicht drauf. Okay. Ja, er sitzt drin. Das ist es doch. Das sieht so cool aus. Nee, bei mir sitzt er noch nicht mal drauf von hier oben. Okay. Bei mir steht dahinter im Stuhl. Okay. Hm. Und alles, was ihr gerade erzählt, passiert bei mir jetzt erst. Hm. Krass. Orca, du brauchtest die Wolle? Jetzt nicht mehr. Das war für den Sitz. Ah, so. Ich habe mir vorhin auch neun Strings geholt. Die waren da irgendwo in der Kiste. Also sprich, ich muss gar keine Wolle mehr sammeln? Nein. Aber jetzt können wir auf jeden Fall Erze verdoppeln. Ja, geil. Äh, die Kisten funktionieren leider nicht. Auch mit den Carpenter-Blocks nicht. Ne? Na, super. Scheiße. Ja. Ähm, vor dem Haus ist ein wütender Zombie. Nicht mehr. Alle Stürmen raus, keiner mehr da. Okay. Vor dem Haus war ein wütender Zombie. Äh, nochmal für alle. Hier im Haus ist ein Rain-Muffler. Einmal draufklicken und ihr hört den Regen-Nummer. Wo? Wo? Nummer. Äh, das Ding ist kaum zu übersehen. Steht auf den Öfen. Okay. Hi, Master. Da hat sich gerade was getan. Oh, warte in den Ohren. Schön. Das war nervig. Ich habe gerade voll den Doppeltimeout gekriegt. Ach, da hast du schon für das Prof. Deswegen war ich auch gerade doppelt um im Channel. Hm. Oh, lass mich raten. Mein Handy hat gerade den Timeout verursacht, weil gerade irgendwas runtergeladen wird. Firefox, du elsewhere und du halt. Hm. Tut. So. Hä? Hör auf zu pfeifen. Dreidel, Dreidel, Dreidel. Wie geht das? Dreidel, Dreidel, Dreidel. Ich achte dich auf's Lieben. Achte dich auf's Lieben. Dreidel, Dreidel. Jetzt sieht strange aus, weil Orka sitzt neben dem Stuhl. Er steht im Stuhl. Sprich, ich kann ja eigentlich zurück, gell? Weil und so... Nee, und ich kann die Kiste nicht öffnen. Yay. Ich hab kein Schwert mehr und mir ist schwindlig. Meine Kiste öffnet sich nicht. Hallo. Ja, weil... Warum wohl? Hallo. Weil, warum? Ja, weil sie direkt unterm Dach ist. Nein. Nein, ich hab versucht die beiden Kisten hier unten zu öffnen, aber ich hatte... Ja, das hab ich auch als krass. Kann mal jemand... Kräftig werden wir hier herstellen. Ja, wir sind hier grad gestorben. Wie der hier gerade rumdreht. Warte, warte. Wer braucht jetzt noch Wolle? Eigentlich keiner mehr. Ähm, Leute auf dem Dach liegen Sachen drauf. Warum, ich kann's aber nicht einsammeln. Er steht auf den Öfen. Ach so, da. Einer bitte einsammeln, weil auf dem Dach liegt was. Hallo. Dach? Ja, ich glaub ich hab da aus Versehen gerade die Smaragd aus dem Ding. Boah, was ist denn hier schon eigentlich alles los? Das... So krass... ... die Frames runtergehen. Wie wär's mal, wenn du da im Surfer mal guckst, ob da irgendwas ruckelt. Obwohl ich vermute eher, dass jemand da mal durch die Gegend laufen ist. Äh, außer Karten. Ich... Aber Serverauslastung ist kaum da. Wahrscheinlich liegt's irgendwie an mir, ich weiß aber grad nicht, äh... Boah! Boah! Okay, EO erkundet auch, also zwei Leute in zwei Richter und ja, das leckt. Da ist ja Holz. Das brauch ich mal eben. Außen sind ein paar Bäume. Ein paar viele mittlerweile. Und vier Zickle. Das passt mir, weil ich mach gerade ganz viele Kisten, die ich jetzt in die Ebene hier unten drunter stell. Okay, was kommt mir? Ich hab'n Creeper-Kopf. Ich mach' mal das Eisen. Wir haben ja auch schon zwei Creeper-Köpfe an der Tür hängen, weißt, ne? Ich hab'n Creeper-Kopf. Ach'n Andy! Ich will den Andy! Oh, der Andy ist südend. Oh mein! Oh mein! Ich kann nicht mehr den Grindstone drehen. Tch, ernsthaft? ...Ali? Ja! Und hier oben geht es nicht. Ist das Upgrade oder wie? Da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Also ich wusste nicht, dass diese Mod, äh, Applied-Energistics inklusive ein Deppenliefer, der die ganze Zeit den Grindstone dreht. Aber es ist irgendwie cool, es ist sehr entspannt. Dota, ich hol' gleich nen Lava-Eimer durch. Der wird in Zukunft mitgeliefert, der Depp. Auch zum Lava-Eimer? Was? Auch der Lava-Eimer. Äh, der Lava-Eimer vor allem. Lava, Lava. Lava nicht. Wer dreht da? Du, da kriegst du verhungern, Depp. Hast du verhungern? Haben wir schon wieder kein Holz? Lecky. Verarscht mich. Ja doch, hier draußen sind Bäume. Ja, aber ich dachte... Ach Gott. Ja, okay, gut. Ich gehe schon. Kann mir mal jemand einen Steinhammer bauen? Ich brauche einen. Also wenn jemand eine Toolforge baut und eine Lumberjack, das wäre voll gut. Ich habe eine vor, eine Toolforge zu bauen. Dazu brauchen wir Eisen. Das mache ich gerade. Äh, da müssen wir mit Kupfer gehen. Das ist doch schon mal schön. Das, das... Okay, wir gehen mal einen Schritt vor. Warte mal, ich habe noch Eisen in Gott's Über. Also... Oh, klar. Oh, klar. Ja, wir brauchen ja vier Blöcke, das weißt du. Tja, ja. Ich... Huch... Obwohl ich... Mach vor, so und so, nee. Äh, guck, vor allem. Manchmal, was ich gerade hier mache. Hast du das Eisen jetzt aufgesammelt schon, oder? Gucke ich mir nochmal an, wie das Ding gebaut wird. Ja, wir haben bald Weihnachten, es stimmt. Da, 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 da. Wir sitzen da so entspannt auf dem Stuhl und drehst... Oh, klar. Oh, klar. Da, 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 da. Aber bloß, weil es kein Essen kostet. Ach, 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 ach.